Hör mal zu, Ani. Ich versteh einfach nicht, warum du so ausrastest. Du hast es nicht getan, sondern ich. Wenn es mir schloppe ist, warum dir nicht auch? Rudolf? Nein, es ist der Freund Paul, der es hinter ihrem Rücken mit ihrer Nachbarin gemacht hat. Kenn ich nicht. Sie sind nicht Mandy. Nee, wieso? Oh, dann haben wir uns wohl geirrt. Mandy ist nicht da und es sieht so aus, als ob Paul erstmal damit genug zu tun hat. Bis zum nächsten Mal in Liebe heisst Verzeihung, eure Coco. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.